Wir sind hier im Skigebiet Pizzol. Wir haben hier oben eine wunderschöne Aussicht. Wir sehen eigentlich bis am Bodensee. Heute dürfen wir ein wunderschönes Nebelmeer geniessen und natürlich die Sonnenstrahlung hier am Berg. Als grosse Unterstützung für alle Herausforderungen, die wir hier am Berg haben, mit der Natur, mit dem Wetter, mit dem Schnee, haben wir unser Leica Alpine Pro. Das ist das Schneehöhemesssystem, das wir in jedem Fahrzeug eingebaut haben. Für uns selber ist das eine riesengroße Hilfe. Wir wissen einfach so, wo brauchen wir noch Schnee, wo müssen wir noch Schnee produzieren. Wir können auch so besser entscheiden, zum Beispiel, wir können unsere Beschneidungsanlage zusammenräumen. Wir brauchen keine mehr. Und ja, ich sage, ohne dieses Hilfsmittel ist es für uns bald schwierig. Die Skigebiete sind darauf angewiesen, dass sie in kurzer Zeit die Pisten aufmachen können. Die Qualität dieser Pisten ist sehr wichtig. Mit der Leica, mit der Schneehöhemessung, können Sie das Ganze in kurzer Zeit und vor allem mit wenigen Kosten drüber aufbauen. Bei uns im Betrieb haben wir hauptsächlich die Pistomaschinen von Prinot hier. Und da sind wir natürlich angewiesen, dass diese auch zuverlässig fahren und uns nicht im Stechen lassen. Wir sehen im Hintergrund Prinot Leitwolf. Er ist unsere grösste und stärkste Maschine. Es ist die stärkste Maschine momentan auf dem Markt. Wenn die letzten Gäste nach Hause sind, machen wir eine Pistenkontrolle, damit sicher kein Gast mehr auf der Piste ist. Nachdem die Piste sicher ist, dürfen wir mit unseren Pistenmaschinen losfahren und machen dann in der Nacht die Piste wieder bereit für den nächsten Scheitag. Bevor wir einmal anfangen mit unserer Arbeit in der Nacht, sprechen wir uns immer auch kurz zurück mit den Patrouleuren. Wir schauen auch auf unserer App noch auf dem Schneehöhemesssystem, wie viel Schnee wir auf der Piste haben. Überall, wo wir durchfahren, werden die Daten gesammelt, die Höhen werden gesammelt. Wir können sie im Büro anschauen, wir können sie bei uns auch auf dem Smartphone anschauen. Das CADI ist unsere App für Skigebiete. Darauf ist das ganze Skigebiet abgebildet. Leica tut die Daten auf unsere CADI App. Wir haben Schneehöchen, wir haben Maschinendaten. So bekommt die Möglichkeit, das ganze Skigebiet auf einen Blick zu sehen. Und das hilft uns natürlich sehr für die Einsatzplanung. Wenn wir das so miteinander abgesprochen haben, sitzen wir dann in die Maschine rein und machen die Piste wieder bereit für den nächsten Tag. Der grösste Vorteil des ganzen Systems ist für uns definitiv, dass wir die Schneehöhe direkt auf einem Bildschirm haben und so, wie schon gesagt, die Energie, die wir einsetzen, einfach gut planen können. Wir können wirklich so entscheiden, wo brauchen wir noch die Kunst nicht, wo brauchen wir keine mehr. Und dementsprechend hat man beim Beschneien schon einen sehr grossen Vorteil, was die Energie effizient anbelangt und Kosten. Und natürlich auch mit der Pristenpräparierung, dass wir eigentlich unsere Energie wirklich auch dort einsetzen, wo sie notwendig ist. Prinod und Leica bieten das System miteinander an. Das heisst, der Kunde kann Maschinen inklusive Leica Höhenmesssysteme bestellen. Somit hat der Kunde eigentlich eine Lösung aus einem Haus. Jeder, der mit so einer Pistemaschine fährt, für jeden ist das sicher ein Traum. Es ist wahnsinnig, wie genau, dass man mit so einer Maschine kann arbeiten, mit zu viel Leistung, mit zu viel Gewicht, die so ein Fahrzeug hat. Und da ist einfach von jedem Fahrer wirklich höchste Präzision gefragt, dass wir unsere Arbeit so genau machen können und vor allem eine sehr gute Pistenqualität herbringen. Für uns Fahrer auch wunderschön ist, wenn unsere Gäste zu uns herkommen und auch die Pistenqualität unsere Pisten räumen, dass sie ihnen gefallen hat. Und immer das Schönste ist natürlich, wenn sie sagen, wir können sehr gerne wieder bei euch Ski fahren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020